Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute machen wir einen Vlog, denn ich bin in München dieses Wochenende. Und ja, Dalton hat 45-jähriges Firmenjubiläum, wo ich freundlicherweise zu eingeladen worden bin. Und ich habe keine Ahnung, wie jetzt so die Lichtverhältnisse sind. Wie kriegt das irgendwie hin? Wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen einen kleinen Vlog durch München zu drehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst möchte ich euch aber gerne auch mein Zimmer zeigen. Ich war in dem Meininger Hotel am Olympiapark. Moin! Genau, das ist mein Ankommen-Outfit quasi. Und ja, der Blick war schön. Ich hatte einen wunderschönen Blick auf eine sehr befahrene Kreuzung, aber es war super ruhig, du hast nichts davon gehört. Und ja, da war so eine kleine Couch quasi zum Sitzen. Das ist der Schlafbereich. Ja, ich war halt alleine, aber trotzdem habe ich das ganze Bett brauchen können. Und ja, natürlich durfte meine Lektüre nicht fühlen. Und zwar lese ich aktuell Midgard. Das ist das Buch von Danny Pelletier, kann ich euch voll empfehlen. Verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Und hier kommen wir ins Badezimmer. Ja, ne? Ja, also bei der Dusche muss ich wirklich sagen, war ich begeistert, weil sonst hat man das ja öfters mal, dass man das halbe Badezimmer unter Wasser setzt. Das war jetzt da tatsächlich nicht der Fall. Der Waschtisch. Ja, ich mochte sehr, sehr gerne das Mosaik dahinter. Das hat mir gut gefallen. Der Föhn war auch toll. Da bin ich nochmal. Ja, ich bin jetzt quasi gerade aufgewacht in meinem Hotelzimmer und habe mich schick gemacht für den Tag. Hier sehen wir mein etwas verschlafenes Outfit of the day. Und jetzt werde ich frühstücken gehen. Und ja, dann werde ich mit der Tram, ich bin Dorfkind, Dorfkindhilfe, hier sind Trams und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Mit der Tram werde ich dann irgendwie in die Stadt fahren und dann mit der U-Bahn oder S-Bahn weiterfahren. Und ja, dann schauen wir mal, wie es so wird. Ich bin bei der Eventlocation angekommen. Ist es nicht wundervoll? Im Hintergrund habe ich einen DM. Ich sitze unter Bäumen und da hinten ist die Location. Ich bin einfach mal super gespannt, wie das so wird. Und das ist super schön hier. Also ja, bin ein bisschen früh. Und jetzt warte ich noch ein bisschen und rede ein bisschen mit der Kamera. Ich habe eben auch meinen Insta-Post gemacht, denn mit dem Code Level Up Cloudy kannst du ja aktuell bis zum 17. Oktober 25% sparen. Und ich gucke hart in die Sonne. Vielleicht auch einfach mal die Kamera vor die Sonne halten. Aber dann habe ich einen Schatten im Gesicht. Vloggen muss ich noch ein bisschen lernen. Ja, aber super schön hier. Also ihr könnt euch ja gerne mal umschauen. Hier sitze ich auf einer Parkbank. Wie gesagt, DM, ein Träumchen. Es ist am Schwabinger Tor. Marta Trattoria heißt das wohl. Und es sieht schön hier aus, ne? Also da zeigt München sich wirklich von der schönsten Seite. Sehr gemütlich hier. Ja. Ciao. Na, na. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mal super gespannt, wie sehr ich gleich strahlen werde. Danach werden wir natürlich auch noch ein bisschen schickimicki gemacht. Aber ich muss mich natürlich erst mal abschminken und dann kann die Party steigen. Ich bin so aufgeregt. Das ist echt. Das sieht so schön aus. Und alle, die schon die Behandlung bekommen haben, sie strahlen. Das ist ein Glanz in dieser Hütte, Leute. Macht euch keine Vorstellung. Das ist ein Glanz in dieser Hütte. Hier haben wir jetzt einmal das Nachher-Ergebnis. Und ich finde, da ist so ein kleines Bügeleisen über mein Gesicht gefühlt, oder? Kann man wohl so sagen. Also finde ich fantastisch. Und ich finde diesen Glow einfach mega schön. Und ja, die Versus ist geglittet. Mir gefällt's. Das ist so schön. Und ich finde, da ist so schön. Und ich finde, da ist so schön. Untertitelung. BR 2018 Da bin ich nun wieder im Hotelzimmer. Es ist 20 Uhr 40, 40, genau 20 vor 9 ungefähr und wir haben einen wunderschönen Tag erleben dürfen. Ich habe mich im Großstadtdschungel doch relativ gut zurechtgefunden und echt gut geschlagen, muss ich sagen. Und ich bedanke mich von Herzen an alle, die da waren, weil es war so ein schöner Tag. Es war harmonisch, es war chillig, es war schön. Wir waren alle so lieb miteinander. Das war total klasse und es war eine ganz ruhige Geschichte und so ein richtig toller Spa-Moment. Also, liebes Dalton-Team, ihr wart echt genial und liebe Grüße gehen raus an euren Chef. Ihr habt das hammermäßig gemacht. Also, Wahnsinn. Denise, Vanessa, Janine, Sheila, alle, die sie da waren und natürlich auch die wundervollen Menschen, die ich dort kennenlernen durfte. An die liebe Amelie, an die liebe Denise, an die liebe Anna, an alle, die sie da waren. Es war so schön mit euch, wirklich von Herzen. Ich freue mich drauf, wenn das nächste Dalton-Event ansteht und wir uns dann nochmal in Persona sehen werden. Und ja, hammermäßig. Das, meine Lieben, war jetzt auch mein erster Vlog. Ich bin ein bisschen aufgeregt und bin echt gespannt, wie das jetzt vom Schnitt her werden wird. Und genau, ja, denkt auf jeden Fall dran, es gibt den Code, der jetzt aktuell noch gilt. Also, bis zum 10. bekommt ihr mit meinem Code, oh mein Gott, ich habe ihn schon wieder vergessen, weil heute, ich bin total platt, ne? Level Up Cloudy. Genau, 25% auf das komplette Daltonsortiment ausgenommen sind natürlich die ganzen rabattierten Produkte und so weiter, ne? Übrigens auch vielen Dank an das wundervolle Team vor Ort, was uns gestylt hat, was uns geschminkt hat, an die liebe Vivi. Das war nämlich diejenige, die mich so hübsch gemacht hat. Ich war hin und weg, ich bin hin und weg, hammermäßig. Ich muss nur gleich duschen. Das tut mir in der Seele weh, dass ich diese wunderschöne Frisur zerstören muss. Ja, Leute, ihr merkt, ich bin ein bisschen neben der Spur, weil es einfach, ich bin total wahnsinnig außergewöhnlich unterwegs, weil das war einfach ein krasses, tolles Event. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Und lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, ja, ich habe noch gar keine Vlogs, ne? Claudi testet alles Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!